Warum? Ja, also so wie es jetzt ist, mache ich, ne? Ja, das sind sieben. Erstmal bis zur Zwischenetage. Weil ich nachher von unten Minecraft immer hochschicken möchte und alles schon mal unten immer so fertig braten möchte, weißt du, so als Schmelzraum. Bisschen so mit Pipes oder mit Minecrafts arbeiten. Aha. Wir müssen es ein bisschen einfacher haben, okay? Ja, wie immer. Sicher. Ich möchte entspannt arbeiten hier. Tja, du. Wir wollen das Leben schön haben. Ja, ja. Ja, dann verkündet ich das mit dem einen Ding da noch. So, wie tief fahren wir denn noch? Warte mal, wir können hier eine Zwischenetage am besten reinmachen, oder? Wollen wir nicht. Ja, wir gehen jetzt... Moment. Eins, zwei, drei. Vorsicht, wir dunkeln. Dunkel! Hallo! Zwei, drei. Jetzt haben wir fünf. Warte mal, da kommt Treppe. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Und ab hier müssen wir es wieder machen. Jetzt müssen wir hier die Decke erst wieder langziehen. Oh, was war das? Das reicht erstmal bis dahin. Ich weiß nicht, was du gerade in deinem Kopf hast, aber naja. Jetzt haben wir eine Zwischenetage von... von 50 Blöcken. Das reicht, wenn wir das mit dem Lager anbinden. Aha. Da ist eine Höhle hier. Musst du den hier dann nicht auch noch zumachen? Welchen? Ja, mein Gott. Wo muss ja auch noch anders sein, ein bisschen. Das mache ich aber nachher alles. Beziehungsweise wird ja sowieso hier auf der Ebene einfach Blöcke drauf sitzen und gehe dann erst weiter da unten wieder. Naja. Das mache ich dann erst, wenn dann... Genau, Decke mache ich dann. Wenn ich das höre, dann habe ich eins. Dann habe ich eins, zwei, drei. Das passt, wenn die drei immer hoch sind. Stößt man sich nicht in den Kopf. Ja, ist ja dann egal. Wieder, wenn ich sage, okay. Hier wieder weiter. Dazu gesagt, immer sieben, ne? Eins, zwei, drei. Ja, sieben Stücke sind das immer. Äh, warte mal. Eins, zwei, drei. Drei, vier, fünf. Sechs, sieben. Dann ist das schon einer zu weit hier, ne? Ne, ne, das ist halt... Du musst ja denken, hier kommt noch eine Treppe hin, ne? Oder Block. Hier kommt ja die Treppe noch runter und hier kommt noch ein Block drauf. Hier wieder, dass ich keinen Boden reinziehen muss. So, dann kommt hier die erste Treppe. Hier, fünf, sechs, sieben. Ja, passt. Ich habe hier wieder runter. Irgendwo gehe ich hier runter. Einfach nur jetzt. Ah. Oh, da hinten habe ich den Deck. Oh. Manche Steine Nerven, weil die länger abzubauen gehen. Ich weiß. Oh, da kommt ein Kümel runter. Vorsicht. Hm. Ich habe ja nichts dran wie du. Hehehe. Hehehe. Hm, du mich auch. So, und der Plätze dann wieder... Ne? So. Ja. Oder noch einen Vorwarte beim Block. Ne, ich kann eigentlich die Ansonne. So. Hm. Ja, was hat der da bloß vor? Hehehe. Ne, ich muss ja irgendwo gucken, dass die Decke wieder richtig kriegt. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Ich muss ja irgendwo gucken, dass ich die Decke wieder richtig kriegt. Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4... Das ist genauso wie wenn ich irgendwas mache. 1, 2, 3, 4... Du hast meistens auch keinen Plan davon. Doch, das passt jetzt wieder. Siehst du, das passt. Das sage ich doch. Ich bin gut. Ja, sie geht. Ne, ich meine wir dann. Ne, ich meine nur. Weil meistens hast du dann auch keinen Plan, was ich mir vorstell. Ja, weil immer so... Da kommt noch neue Ideen wieder. Ups... Da ist das Ding schon? Oh. Tat jemand! Nööö... Ein zu weit weg! Jetzt essen wir da noch Ke Ahnung, das soll ungefähr Ja, bei ihm nur runter gehen Ich würde sagen, ich habe ein zu wenig Watt, ich muss was essen, oh no Warte mal Wenn hier noch eine Treppe rauf kommt, ne? Ja Dann beginnt das ja eigentlich ab vier Ja, genau Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Wär dann das hier eigentlich Ach du scheiße, okay, dann müssen wir mal wieder Dann stimmt hier schon wieder was nicht Okay, dann machen wir das Ist ja egal, ob sie dann schließlich nicht die Den Kackkopp Ja, ne, ich meine jetzt nur, dass das gleich richtig gemacht ist Ja Keine Ahnung, ja, warte mal Ja, müsste noch eine Hi Gravel Kannste Gravel, aber das passt doch Ne, ich muss die Löcher wenigstens oben zumachen Warte mal, bevor du alles abkaufst Das dann eben zumindest, genau, die Löcher zumacht Hast doch schon gleich eine Treppe Warte, dann müssen wir den Block jetzt auch noch wegreißen Ne, so passt das jetzt, ne? Ne, dann kommt da hinten gleich auch nochmal ein Gravel runter Bei dir Ne, passt doch schon so Aber was machst du? Jetzt ist es falsch Ne, warum? Ich musste da oben rein wegmachen Da auch noch Dann passt es ja richtig Siehst du? Kann sie halt hier nur wieder zumachen War noch zu viel Hä? Genau Jetzt muss die Reihe doch auch weg da vorne Hm Naja, wird schon Ist ja egal Ach, das passt nachher schon Oh, jetzt hab ich wieder runter Ich hasse das, wenn die Ach, fixierte Beziehung, wenn die Tars-Leiste ja verschwindet, ne? Damit du Bis du das Bild hast Und wenn du zu weit die Maus schnell runterziehst Dann kommt wieder die Tars-Leiste hoch Kacke Ja, ich kenn das Klopp, 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 klopp Hat der sie auch erstmal ein Eisenspielzeug gemacht, der feine Herr Hä? Aber ist mal ne schöne Eisenspitze, ne? Ja Wieso auch nicht? So Dann kann man ja gleich bis innen hin durchziehen Nur am kloppen jetzt erstmal hier Ja Dann passt das nur wieder Machen wir erstmal mal die Steinen weg Na ja, stimmt Da kriegen wir ja genug Eisen eigentlich Wenn man nur ein Stein weg soll Ja, dann kann man die auch erstmal weg machen Dunkel, viel zu dunkel Ne So, wieder ein paar Blöcke auffüllen Mach hier erstmal an die Wand dran Oh Ne, das passt nicht an Nein, das passt nicht an Nein, das passt nicht an Ja, ne Wand ist okay Ach, geh, ich werd alt Weißt du das eigentlich? Hm, tu mir ja auch Was denn? Ich bin alter Mensch, lass mich Ich darf das Du bist behindert Sag der richtige Witzbold Ich weiß, dass ich behindert bin Ich geb's auch zu Okay Aber du bist genauso behindert Ne Doch Bleib auf deiner Seite Ich wollte dir nur ein bisschen behilflich sein, okay? Ich wollte ein netter, zuvorkommender Mensch sein Wie ich das auch bin Ähm, ja What denn? Jaja, du mich auch Sag, dann geht das Oh, es wird wieder hell Ja? Ja Schön für dich Schön für dich Schon mal so weiter Ich muss mal Puddel Puddel machen hier Ja, jetzt hat er mal nicht schräg gewonnen von der Treppe Bleib doch mal auf deiner Seite Also ich bin doch freundlich Wir machen ein Teamwork, toll, ein anderer macht's Was denn? Fiat Fünf Italiener alle tot Oh, das sollte ich jetzt nicht sagen Was? Was, kennst du denn Fiat nicht? Fünf Italiener alle tot Ich hab gar nicht verstanden, was du meintest, deswegen Oder Fehler in allen Teilen, Fiat Ja, Fehler im Flash-Kopf Das geht nicht Ich weiß Trotzdem War auch nicht da drauf bezogen, war ja generell bezogen Block zu viel abgebaut Marble 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 Und wo ist DC Universe, wenn das Marble ist? Ah ne, heißt ja Marble Haha Warte mal Ähm Tschüss Shader aus Video-Settings-Brightness ist hoch Dann brauch ich ja auch keine Fackeln grad Die Videos-Settings-Brightness ganz breit haben ne Da ist das Dunkel hier Das bringt bei Shader sowieso nix Ach, ich stell das gar nicht so Deswegen hab ich Shader grad ausgestaltet Da sieht's hässlich aus Ja, das geht Haben die wenigstens ne Aufnahme richtig was zu sehen Das geht Sehr ausgeleuchtet Ja, man sieht das ja wenigstens über OBS, das ist ja das Gute daran, wenn man OBS hat. Mal wieder ein bisschen hier stopfen. Ein bisschen? Mal wieder die Mitteldinge wegkriegen. Ja, ein bisschen stopfen sagst du? Ja komm, da unten kommt gleich nur ein kleiner Raum, okay? Cool. Geh mal kurz nach oben. Irgendwann da voll? Ja. Ja, schmeiß einfach hin. Nö. Okay. So. Kann man immer alles gebrauchen? Besonders zum Bauen. Ja, ich weiß. Vielleicht hab ich das ja alles, außer den Black-Koppelsson, den werd ich nachher mal verbrauchen. Oh, zu viel. Du bist bekloppt. Ja, ich weiß. Was? Wie klappen wir denn noch nach unten? Auch, wir haben noch ein gutes Stück nach unten. Ja, ja. Aber Zeit geht's halt ein bisschen fixer. Hm. Findest du? Nee. Du bist auch ein Bananenkopp. Ich weiß, was ein Schaden hast. Siki! So wie immer. Verdammt. Ich hab immer einen Schatten. Mein Schatten hat sogar einen Schatten. Weil der Schatten von dem Schatten auch einen Schatten hat. Ja. Das ist Schatten, selbst Schatten. Ja, da müssen wir ja nicht restarten. Was? Restarten? Nein. Leck. Ja, ja. Leck! Jetzt hab ich geleckt und jetzt ist nichts passiert. Da muss ich ja so irgendwie die Textur nur rumspacken. Bei was? An diesen Schissel. Wenn ich komisch raufguck. Achso, ja. Das ist nichts neues. Das ist auch immer wenn ich dich angucke. Da ruckelt das auch. In meinen Augen. Mein Kopf ruckelt, ja. Ist das jetzt wieder gerade? Jo. Was ist das hier? Ist ja echt alles? Alles mein Geheims? Alles was ich benutzt habe, okay? Alles was ich erfarmt habe, hab ich nur wieder eingesammelt. Warum brauchst du was? Nö. Ist schon gut. Ist schon gut, 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 gut. Du musst mich ja versorgen können. Du. Siki! Behindert. Guck mal, die Pfoten riechen voll nach Zitrusfrüchten. Ja. Er hat Zitronen gepresst. Der Stank geht auch nie weg. Kennst du Wayne? Das hier jetzt? Oder kennst du den Wayne Bus? Oh, guck mal, der Wayne Bus. Wayne Buster. Buster, Buster like me. Der Buster Wayne. Oder der Buster Call. Ja. Aber wie viel haben wir denn noch? Eins, zwei, drei. Oh! Ist nicht mehr viel. Geht. Findest du? Finden tue ich das nicht, aber geil finden. Geil! Schleck! Jaja. Du bist gestört. Vielstens. Ich bin nicht gestört. Bin nur leicht mitgenommen, okay? Oh. Genau dasselbe. Nein. Ich bin Damage-Stealer meines eigenen Herrn. Meines Kopfes. Ja. 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 Da hab ich keine Kabel in der Blöcke mehr. Ich würde nur denken, ob ich Treppen mache oder diese komischen Schrägen. Ich glaub die... Weiß nicht. Schrägen würden aber auch nicht schlecht aussehen eigentlich. Ja, sehen ja. Ups. Glaub ich in einem Schrägen. Schrägen. Und ein falscher Block. Gucken wie die Mann die baut. So, wieder ein Kopf. Haha, der ist rundlich und geil. Einfach schräg abschleifen. So ein Witzball, ne? Hm? So ein Witzball. Was? Was? Was ist das denn? Das will ich nicht. Ich denke, Klapp war hoch 3. Ja. Von dir besonders. Ja. Ne, die wollen wir nicht. Die wollen wir nicht. Ach, da braucht man Sticks. Da braucht man auch noch Sticks. Genau. Der ja auch nicht. Sticks braucht man einen Dauland dafür. Ja, aber nicht wenn du diese Schrägen bauen willst. Ja, aber nicht wenn du diese Schrägen bauen willst. Ja, aber nicht wenn du diese Schrägen bauen willst. Alles klar. Da hat eindeutig jemand gelitten. Ach, das habe ich schon immer. Das ist schon nichts Neues. Vorher mir auch nichts Neues. Laber nicht. Laber doch. Laber nicht. Laber doch. Laber nicht. Laber nicht. Lavandier. Mhm. Oder lavandier. Ach ja. Du hast schon einen Schaden. Ganz schön dämlich im Kopf. Guck mal und jetzt gibt das wieder zu. Was denn? Nicht was denn. Ich weiß gar nicht was du willst. Oh, Handy fick dich. Ihr meinst doch, wer der schon lautlos gemacht hat. Ne, ist ja lautlos. Da ist ein Creeper und, da ist ein auch ein Creeper. Naja. Ja. Das ist bestimmt wieder Überheberrecht. Ja, wie brüllt er mir da deswegen dann auch immer. Pausenlos. Brauche ich mal ganz kurz nach. Ähm. Ach ne. Okay. Weißt du, meine Seite machst du nicht mit, du fauler Sack, ne? Nö. Habe ich das schon vorher gesagt. Jetzt macht er auch noch alles dunkel. Und der Paar wäre ein Arsch. Der muss ja ein bisschen was reinbekommen hier. Naja. Der macht da eiskalt meine Seite nicht mit. Hä. Weißt du doch. Alter, für eine Frechheit. Was für eine Frechheit. Bereits schon, wenn ich eine Seite gerade mache. Ach so. Und ich grab das Ding erstmal bis da unten hindurch. Das ist klar. Nö. Sicher doch. Bisschen Witzpolt. Weiß. Und wir sagen. Flash. Ich habe heute so ein gutes Herz nicht. Kann dir auch mal helfen. Was denn? Ja. Muss ich mich schon selbst... Muss ich schon selbst sagen. Muss aber schon Schatten haben, ne? Muss ein Schatten, ja. Das stimmt. Warum habe ich... Oh mein Gott. Ich habe nur noch eine... Diese Spitzhack hier. Ich kriege einen Anfall. Hä? Habe ich eine Workbench? Ich habe... Oh doch. Ich habe eine Workbench. Workbench. Habe ich Eisen mit? Jo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, noch zwei neue Spitzhacken. 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 Oh. So wird das definitiv. Spitzhacken. Und der Spitz hatte hier nichts. Spitzhack. 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 Spitzhacken. 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 so gehst du auch sehr hingesetzt er da kann sich mal hoch dann kommst du da auch nicht mehr hoch wenn die dinger da ist abbauen dahin stellen neue zu bringen setzen und dann bis wieder oben du warst mit einmal wieder so leise ja weil du gehustet hast du sack weil ich gehustet habe bist du leise gewesen ja weil ich dann geredet habe und dann wurde es bei dir leise aber der ist ja diese rückkopplung warum ist hier loch in der wand also nicht was hast du gemacht da war kohle also dann reichst du auf meiner seite loch rein was andere machst du nicht weg macht die scheiße dort noch dunkel hängt mir die fackeln bis unter der deck am besten dass ich gar nicht dran komme klar das ist hier ein arbeiter ne das ist eine frechheit mit diesen mit dieser jugend von heute hier wieder rucksack voll kommen wir doch rein du vogel das ist die jugend von heute sagt der jungspontier hallo ich bin 13 in halb sie ist margarete und war zart wie ein kalb das heißt ja auch minecraft ok da machst du dir eine kräfte so die eine miene er hilft hast du wieder kohle gefunden oder eisen oder nur ein block abgearbeitet mit bei wow why look um ok um